Hallo zusammen, mich hier ist wieder Heuteland, heute bin ich wieder für euch in der Warwolf Inn unterwegs und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Chiefman Guide präsentieren. Heute geht es um den Erfolg Platte-Irdene und diesen finden wir einmal unter Erkunden und dann Warwolf Inn. Und was müssen wir dafür machen? Werdet Opfer eines Arbeitsunfalls in der Schmiede von Donegal. Und da sind wir auch gerade schon, also einmal hier in der Hauptstadt Donegal und dann bin ich jetzt hier vor der Schmiede auf den Kolonaten 47, 59. Und ja, jetzt gehen wir einmal in die Schmiede rein und werden Opfer eines Arbeitsunfalls und ihr seht schon oft, was das hinausläuft. Wir haben hier so einen Hammer, der quasi immer von oben runter stampft und da stellen wir uns jetzt mal rein, da liegen auch schon ein paar Knochen. Und tada, wir haben uns einmal weglatzen lassen und dafür gab es quasi das Achievement. Also das ist glaube ich so der schnellste Erfolg, den man sich so holen kann. Wenn ihr jetzt natürlich ein WoW Hardcore spielt und nicht sterben wollt, dann ist es schlecht, aber sonst ist das ein relativ schnell gemachtes Achievement. Bringt auch 5 Punkte, also ist auf jeden Fall eine nette Angelegenheit. Und ja, das war es tatsächlich auch schon. Habt mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.